Im letzten Video haben wir über das Vergleichen von Brüchen gesprochen und da habe ich gesagt, dass 4 Siebtel größer sind als 3 Siebtel. Und das stimmt auch. Und warum stimmt das? Das stimmt nur unter einer ganz bestimmten Annahme, nämlich dass sich die 4 Siebtel und die 3 Siebtel beide auf das gleiche Ganze beziehen. Also wenn man sich das hier unten anguckt, wir haben hier diesen gelben Teppich und 4 Siebtel von diesem Teppich sind mehr als 3 Siebtel von diesem Teppich. Das heißt, wir müssen es immer mit dem gleichen Ganzen, also hier und hier mit dem gleichen Ganzen vergleichen. Denn was passiert, wenn man das nicht macht? Dazu habe ich hier rechts noch den blauen Teppich aufgezeichnet. Wenn man jetzt natürlich einen größeren Teppich hat und von dem 3 Siebtel einzeichnet, dann hätten wir hier 1 Siebtel, 2 Siebtel und 3 Siebtel. Dann haben wir natürlich mehr als bei den 4 Siebtel vom kleineren gelben Teppich. Aber dann wäre es auch ein unfairer Vergleich und insbesondere bei den Brüchen würde man das auch so gar nicht gelten lassen. Wenn man Brüche hat, geht man immer davon aus, dass sich das auf das gleiche Ganze bezieht. Und warum das so ist, ist, weil diese Brüche ja eigentlich nichts anderes sind als Zahlen. Also diese Brüche sind Zahlen. Und Zahlen kann man sich immer auf der Zahlengerade vorstellen, ganz unabhängig von irgendwelchen Sachen aus der echten Welt. Das heißt, wir haben jetzt irgendeine Zahlengerade. Da steht hier vielleicht 0. Und dann haben wir hier 1 Siebtel, 2 Siebtel, 3 Siebtel, 4 Siebtel, 5 Siebtel, 6 Siebtel, bis dahin wollen wir. Beziehungsweise 1, 7 Siebtel. Ich schreibe mal ganz kurz alles hier hin. 1 Siebtel, 2 Siebtel, 3 Siebtel, 4 Siebtel, 5 Siebtel, 6 Siebtel. Und die Zahlen, die hier stehen, die sind eigentlich immer losgelöst von den Sachen aus der echten Welt. Und immer nur als Zahl auf dem Zahlenstrahl zu betrachten. Das heißt, 4 Siebtel würde einfach bedeuten, dass wir 4 von diesen Siebtelsprüngen weit gehen. Also 1, 2, 3, 4. 4 Siebtel ist also die Zahl, die hier liegt. Und 3 Siebtel wären dann einfach 3 von diesen Sprüngen. Das heißt, 1, 2, 3. Und dann wären wir hier und da sehen wir ganz eindeutig, dass 4 Siebtel rechts von 3 Siebtel liegen, sprich größer sind. Genau, also nochmal zur Erinnerung. Wenn man Brüche vergleicht, dann muss man das immer, wenn man sich das vorstellen will, anhand des gleichen Objektes vorstellen. Eine 4 Siebtel Maus ist größer als eine 3 Siebtel Maus, aber nicht unbedingt größer als ein 3 Siebtel Elefant. Aber eine Maus mit einem Elefanten wollen wir auch gar nicht vergleichen, wenn wir uns zwei Brüche anschauen. Sondern wir wollen nur Maus mit Maus vergleichen oder Elefant mit Elefant vergleichen. Immer das jeweils gleiche, weil dafür sind die Brüche gut. Und tatsächlich kann ich dir aber auch noch versprechen, wenn du bist so weit gekommen bist in diesem Video, dann will ich dir das nicht vorenthalten. Natürlich gibt es auch in der Mathematik Techniken, um Äpfel mit Birnen oder um Mäuse mit Elefanten zu vergleichen. Aber dazu kommen wir ein bisschen später erst. Und es geht erstmal darum, dass wir dieses System hier einprägen, was immer gilt. Und wie wir das dann noch erweitern können, das lernen wir in einer späteren Klassenstufe bzw. in späteren Videos erst.